Anna-Karina Wojciak überraschte das ZDF, Fernsehgarten, Publikum mit einem akrobatischen Auftritt. Ihre Fans können davon gar nicht genug bekommen und haben jetzt einen ganz besonderen Wunsch. Was für eine Show! Gemeinsam mit dem Let's Dance-Sieger 2022 und Zirkusartist René Kesselé begeisterte Anna-Karina Wojciak vergangenen Sonntag beim ZDF, Fernsehgarten. Zusammen zeigten sie eine akrobatische Einlage mit Hebungen und Tanzelementen. Die nicht nur Andrea Kiewel, sondern auch die Zuschauer und Zuschauerinnen beim Schlagerzauber verzauberte. So sehr, dass Anna-Karina Wojciaks Fans kurz nach der Ausstrahlung ihres Auftritts am liebsten noch mehr von ihrem tänzerischen Talent sehen würden. Anna-Karina Wojciaks Fans Ab zu Let's Dance Denn als die Schlagersängerin Fotos von sich und René Kesselé kurz nach ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten auf Instagram veröffentlicht. Hoffen ihre Fans auf eine baldige Teilnahme bei der RTL-Tanzshow Let's Dance. Du warst der Oberhammer, also wenn jetzt Let's Dance nicht anklopft oder jetzt ab nach Let's Dance mit dir kommentieren sie euphorisch den Beitrag. Anna-Karina Wojciaks Anna-Karina Wojciaks beeindruckt mit tänzerischem Talent Auch die Crew vom ZDF-Fernsehgarten scheint nachträglich noch von Anna-Karina Wojciaks Tanztalent beeindruckt zu sein. Wir haben es geliebt! Danke für euer Vertrauen, schreiben Sie unter den Instagram-Beitrag der Sängerin. Ob die Fans Anna-Karina Wojciaks noch häufiger mit Tanzeinlagen auf der Bühne sehen, oder sogar bei Let's Dance hat sie bisher noch nicht verraten. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020